Hi, ich bin Leon. Kannst du mich ja schon? Hab ja auch schon. Wenn ich Luftbrennungsdruck spiele. Ich möchte euch jetzt einen Rainbow Song vorspielen. Und das ist ganz einfach hier. Tauchen. Dritte Seite von. Und dann zwei, und dann. Also erst lasse ich einen. Dann, die hatten wir eben so hoch, den rutsch ich ein rüber, rutsch ich zwei rüber, nochmal zwei, nochmal zwei zurück und dann lass ich los. Und nochmal, und das letzte, und den, ganz einfach, und dann, das ist einfach, wenn ich bloß mal umdreff, und das hebt ja das äußere Sinn. Das ist so ein bisschen langer, damit ihr reinkommen könnt. Das ist einfach, wenn ich bloß mal umdreff, wenn ich bloß mal umdreff, das gehe ich nochmal an. Das gehe ich nochmal an. 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 Ich freue mich, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich schau schon bis beim nächsten Mal.